Hallo und einen recht herzlichen guten Abend auf meinem Kanal. Mein Name ist Marshall und dieses Video wird zeitgleich auf dem Kanal von KingTrolex laufen. Nämlich, das ist jetzt das erste Video auf Deutsch und dann die kommenden Videos auf Englisch. Because the KingTrolex viewers are mostly understanding English. Wir machen heute das erste Adventskalendertürchen auf. Ich habe hier auch schon, den habe ich ja schon gezeigt, den Trolls Kalender. Der ist wunderschön mit Branch und Poppy drauf. Das ist die Rückseite. Ja, letztes Jahr war auch noch Guy Diamond mit drauf. Der ist gut mit drauf, aber die inneren Werte zählen. Und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen KingTrolex. What's up, Technotrolls? Welcome to the very first, not the very first, December the 1st, Drolls Advent Calendar in collaboration with Marshall Dog Poppy, a very big Disney fan. And yes, this is the calendar. It's very beautiful with Poppy and in the front, Branch and Poppy in their Christmas outfit. Without Guy Diamond this year, sadly. But now we will open the very first door. It's very, 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 in this video. And it's on the top of Branch's hair. Oh, come on. And it's a house. A house and the Christmas tree. Merry Christmas and back to Marshall. So, das erste Türchen ist offen. Ich hoffe, euch hat das erste gute, das erste gute, aha, das erste Adventskalender-Video gefallen. Wenn ja, dann lasst eine Pfote nach oben da. Abonniert den Kanal, Glocke nicht vergessen. Ach, das sagen die alle, gell? Und ab morgen, ja, eigentlich nicht ab morgen, es wird mal Deutsch, mal Englisch sein, denke ich mal. Also, ich gebe zurück, ich gebe nicht zurück. Ja, wir sehen uns dann morgen. So, Stich sagt Tschüss. Und natürlich auch an alle Trolls-Fans. Macht's gut und frohe Weihnachten. Und... Wof. Vielen Dank.